Hier geht es nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um digitale Lösungen. Mein Name ist Giuliano Latranja, ich arbeite seit Februar 2019 bei der Metro und bin beschäftigt als Kundenmanager im Innendienst. Als Kundenmanager im Innendienst betreuen wir die Großkunden. Wir haben viele Lösungen für unsere Kunden. Wir haben für unsere Kunden ein Order-Tool, Reservierungs-Tool, Homepages bieten wir an. Wir planen komplette Küchenausstattungen. Das Team ist super. Wir sind alle ganz unterschiedliche, coole Leute hier im Team, muss man einfach sagen. Wir lachen viel, wir unterstützen uns in jeder Situation und das macht mir einfach Spaß an dem Job.